Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in diesem Donnerstag, dem 8. September 2022. Ihr hört die Geek Talk Daily 1246. Wer sich jetzt fragt, gestern war doch die 44, ja das ist so, die 45 war nämlich eine Special-Folge, eine Daily-Special-Folge zum Apple-Event, welches gestern stattgefunden hat. Also heute keine Apple-Themen, doch, nein, nicht ganz fast, aber ihr hört am besten selber. Heute mit ARM, Ether, ATT, Telekom und dem Datenschutzgesetz. Ich starte gleich mal mit AWM. Die wurden ja nicht von Nvidia übernommen und jetzt klagen sie gegen Qualcomm. Die Amerikaner, die damals gegen... Ach, es ist kompliziert. Auf jeden Fall klagen sie, weil Qualcomm Nuvia übernommen hat und Nuvia wiederum hat bestimmte Designs von AVM, genau, ARM bei den Chipsätzen. Auch also hier wieder Lizenzverträge, die mit ARM damals gegangen sind und Nuvia davon profitiert hat, Dinge in ihre eigene Technologie mit eingebaut hat und da möchte jetzt ARM dagegen vorgehen, dass Qualcomm, was ja der grösste Konkurrent von ARM ist, nicht an die Technologie, respektive die Lizenzgeschichten, die da eben aus dieser ganzen Geschichte entstanden ist, gekommen sind. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitbekommen, wie ich das meinte und was da genau passiert. Auf jeden Fall, die Grossen klopfen sich aktuell auf die Köpfe und einer wird gewinnen. Oder beide zwei, die zusammenkommen. Wie auch immer, wir werden es sehen. Das wird nicht die letzte Klage sein. Dann gibt es eine grössere Geschichte rund um Ether, um Ethereum, dem Kryptowährung, die man gerne kaufen kann oder sich aneignen kann und damit eben Geld verdienen oder seine Inflation absichern oder was man auch immer mit solchen Kryptowährungen vorhat. Nun ist das Bellatrix, wenn ich es in der richtige Aussprich-Update, durchgeführt. Das ist noch nicht ganz überall durch. Wie genau, bitte, liebe Krypto-Experten. Am besten geht ihr gleich zum Beitrag, den ich auf daily.geektalk.ch oder im Podcatcher eures Vertrauens verlinkt habe in den Shownotes und lest euch da mal ein. Heise.de hat einen längeren Artikel geschrieben und eben bevor ich mich da irgendwie um Kopf und Kragen rede und was es mit dem kommenden Paris-Update auf sich hat, das lest ihr da am besten nach. Ich, für mich, weiss einfach, das ist wie gesagt keine Anlageberatung, das ist meine eigene Meinung, mein eigenes Ding. Für mich wird Ethereum dadurch noch interessanter, weil nachhaltiger und allem drum und dran und ich bin gespannt, wie sich das Ganze weiterentwickeln wird. Dann geht es weiter mit einer Studie und zwar einer Studie, die gemacht wurde von, ich weiss es nicht, muss es auch nicht, aber wie es halt immer so ist, Studien sind immer, wie sagt man so schön, glaube keiner Studie, die du nicht selbst gefälscht hast. Es geht um eine Studie rund um ATT, Apple Tracking Transparency, wo ja Apple, Facebook und Google ausgesperrt hat oder deren ihre Werbung in oder auf ihrer Plattform für iPhones, iPads und Apple-Geräte generell unattraktiver gemacht hat. Und anscheinend laut dieser Studie, aber wie gesagt, Studien gibt es immer in beide Richtungen, Analyse etc., die natürlich das eine beweisen, das andere beweisen und dann gibt es wieder mal ein bisschen, jetzt sind wir wieder am Anfang, bei Klagen. Was ist passiert? Anscheinend hat Apple jetzt 5% mehr Werbeeinnahmen, dadurch, dass sie eben die anderen ausgeschlossen haben. Die Frage ist nur, wie lange das so passieren wird, denn im App Store ist natürlich das Suchvolumen begrenzt und umso mehr, dass da der Preis steigt, umso unattraktiver wird es auch für die kleineren und mittleren Unternehmen und wir dann nur noch die grossen Werbung schalten. Wir werden sehen, was da noch alles kommt, aber ich werde das mit einem genauen Auge in dem Fall beobachten. Weiter geht es mit der Warn-SMS. Die Deutsche Telekom hat aufgerufen, dass sie grünes Licht geben können für die Warn-SMS. Heute, oder besser gesagt, doch, heute ist der 8. September, ist der Warn-Tag-Termin. Das heisst, Warn-SMSen gehen heute bundesweit raus. Ob überall an jeden, das weiss ich nicht, das wisst ihr, liebe deutschen Zuhörenden, sicherlich besser als ich. Solltet ihr aber so eine erhalten, würde ich mich sehr über den Screenshot auf einem dieser Social-Network-Kanälen oder E-Mail oder wie auch sonst immer in meiner Richtung freuen, wenn ihr mir das zuschicken könntet. Mich würde es Wunder nehmen, denn leider, es gibt, ich glaube, elf verschiedene Staaten hier im europäischen Kontinenten, die das auch schon haben, Niederlanden zum Beispiel, Österreich und Polen, aber die Schweiz hat das noch nicht. Das braucht bei uns immer ein bisschen länger, aber das kommt dann auch. Wir haben dafür die Schafe, die da in dieses Mikrofon reinblöken. Liebe Schweizer Hörenden, die wissen, was ich damit meine. Für die Deutschen, geht mal auf YouTube und geht mal, was kann man da hingeben? Schweizer Schafe und, ja, ich suche was für die Shownotes raus. Zu guter Letzt noch hat die Schweizer Regierung bekannt gegeben, dass die Schweizer Datenschutzverordnung, die hat ein bisschen weniger Buchstaben als die eure, die DSV, per 1. September 2023 in Kraft treten wird, grundlegend, ganz, ganz grob gesagt, ist es ja in etwa wie die DSGVO mit ein paar Abweichungen und Anpassungen, aber das heisst für Schweizer Webseitenbetreibende und Dienstleistanbieter im Web, dass man da ein bisschen was anpassen sollte. Und mit der grossen Vorlaufzeit wollte natürlich der Bund auch uns allen ein bisschen mehr Zeit geben, als, ja, dass man sich vorbereiten kann. Nicht, dass man dann einen Monat vor aufschreit und sagt, ach Mist, wir haben keine Zeit dafür. Also bitte denkt daran, beginnt schon mal, euch ein bisschen schlau zu machen oder haltet die Ohren offen zumindest. Das war's mit den heutigen Neuigkeiten, ein bisschen anders, aber auch halt so. Und euch wünsche ich damit noch einen schönen und erfolgreichen Tag. Wenn ihr mögt, gerne. Bis bald wieder. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.